Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Grundkenntnisse der Chemie anzunehmen bei Tasarian in der Weißkrone in diesem Gebiet an Bord der Himmelsbrecher. Die Quest wird eingestuft mit einer Gruppenquest von 5 Spielern. Das ganze sollte aber auch mit weniger Spielern funktionieren. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter der viel zu hoch für dieses Questgebiet ist. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, warfen die Mobs nicht allzu stark. Also mit zwei bis zwei Spielern sollte die Quest gut funktionieren. Nun darf man hier hineinfliegen an dieser Stelle. Und ihr seht man hat auch ein Quest Item mitbekommen. Das kann man sich in die Leiste ziehen und von da aus benutzen. Moment ich muss in Katze gehen und so in die Leiste ziehen. Es könnte sein, dass das Quest Item in Viotelkar Classic ein Cooldown von einer Minute hat. Zumindest im Ursprünglichen was aufs Licht ging, war es so. Da hat man mindestens zwei Spiele aber allein schon benötigt, um dieses Quest Item rechtzeitig hineinzuwerfen. Denn das wird einem angesagt. So, die Mobs töten, was sie patrolieren. Sonst hätten sie. Und das wollen wir ja nicht. Nutze das Quest Item in der Nähe von so einem Becken. Im solcher Kessel fängt es an heftigst zu brudeln. Jetzt etwas entsteigt im Kessel. Okay, Gegner sind Elite. Soweit ich das gesehen habe. Also, wenn eure Equip nicht so gut ist, braucht ihr da Hilfe. Nun darf man ein bisschen warten. Ich habe die Mobs sehr schnell getötet. Ich muss warten bis der nächste Befehl kommt. Oder genau, hier. Im Kessel brudelt es weiter. Heißt also, es sollten wieder Gegner kommen. Spannung. Und ich glaube die Gegner sind sogar größer. Fügt Flüssigkeit hinzu. Wenn ihr noch Cooldown habt, könnt ihr keine Flüssigkeit hinzufügen. Dann muss es ein Gruppenmitglied machen. In WoW VTL funktioniert das ganze auch alleine. Okay, wieder ein Haufen Mobs. Darf man töten. Ich habe sie alle wieder mit einem Schlag getötet. Und jetzt darf man abwarten, was diesem Kessel noch entsteigt. Im Kessel brudelt es weiter. Sehr schön. So mag ich das. Dann muss man gleich vermutlich wieder das Questlater nutzen. Jawohl. So wie es aussieht, muss man alle 45 Sekunden Flüssigkeit hinzufügen. Und wie gesagt, am Anfang von VTLK war der Cooldown auf dieser Seite eine Minute. Und dann konnte man alleine schon diese Funktion das nicht alleine machen. Weil das Questitem zu lange Cooldown hatte. Vielleicht wird es in WoW VTLK Classic auch direkt von Anfang an gemacht, dass dieses Item nur 30 Sekunden Cooldown hat. Das wäre natürlich optimal. Wieder ein Haufen Gegner gespawnt. Wieder töten. Und ich frage mich, wie oft wir das ganze noch machen müssen. Wieder Flüssigkeit hinzufügen. Diesmal war der Abstand kürzer, glaube ich. Na vielleicht täuscht es auch. Und ich hoffe, wir müssen das nicht bei allen Kesseln machen. Meine Güte. Wieder eine Elite-Mob. Ich kann ihn mit einem Schlag töten. Restart echt sehr lange. Und Flüssigkeit. Was ist los? Wieder entsteigt etwas. Getötet. Komm schon. Flüssigkeit. Alles klar. Uiuiui. Also da hat eine Gruppe ziemlich lange zu tun bei dieser Quest. Jetzt taucht wieder eine Elite-Mob auf. Böten. Das war jetzt, glaube ich, das vierte Mal, dass ich Flüssigkeit hinzugefügt habe. Ui. Quest ist bereit zur Abgabe. Natürlich zeige ich euch das auch noch. Solltet ihr schon wissen, wo und bei wem man die Quest abgibt, wäre es trotzdem cool, wenn ihr das Video zu Ende laufen lasst. So. Geht nun in diese Richtung. Und ich glaube, ja, der sieht gut aus. Perfekt. Quest ist abzugeben bei Tassavian, in der Weißkrone, in diesem Gebiet, also an der Stelle, wo die Himmelsprecher ist. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.